ja grüßt euch zu dem heutigen video hier bei bbg aquaristik leben heute soll es einmal um den neon sammler gehen dem parashirodon enesi und ja zu dieser fisch vorstellung möchte ich euch heute hier ganz herzlich begrüßen und ja die neon sammler kennt quasi natürlich jeder der sich mit der aquaristik einmal beschäftigt hat oder beschäftigt und es gibt außer den klassischen neon sammler auch noch die form des blauen neon sowie den roten neon und ja sie gehören alle zu der gattung der parashirodon und ja ich finde diesen fisch einfach wirklich wunderschön und deswegen möchte ich den heute euch hier oder dir einmal näher vorstellen wie du ihn halten solltest ja und dazu zum anfang gleich mal hier die eckdaten er kommt aus südamerika mindestens 60 liter sollte man für ihn haben 20 bis 26 grad gh und so weiter kommen wir jetzt gleich näher drauf ein ja die herkunft wie eben schon gesagt der neon sammler kommt aus südamerika genauer aus der region des amazonas gebietes der neon sammler ist von den drei neon arten also im prinzip der mittelgroße der blaue ist der kleinste und der rote neon sammler ist der größte ja der neon sammler kann eine größe von ungefähr drei bis vier maximal sogar fünf zentimeter erreichen und vom alter her hört man sehr unterschiedliche angaben in der literatur wird meistens von circa drei bis vier jahren geredet allerdings bei guter haltung und fütterung wird er doch ziemlich alt so um die ja circa sechs bis acht jahre ist gut möglich und so alt kann er auch denn locker werden ja von dem wasserwerten her ist der neon sammler mittlerweile vieles gewohnt auch durch die großen nachzüchte nachzuchten natürlich hier in europa ist er doch viele wasserwerte gewohnt allerdings bevorzugt er doch schon eher wasserwerte so wie man sie auch in seinem habitat also in südamerika oder in dem amazonas becken hervor findet also eher weicheres wasser somit kann ich nur eben auch empfehlen dass eben eine deutsche gesamtherte von circa fünf bis zehn ein einzuhalten ist und eine deutsche karbonathärte von drei bis sieben ja der ph wert auch der ist er im sauren bereich angesiedelt von so circa fünf bis sieben also 5,0 bis 7,0 also mit mehr neutral aber eben dann auch lieber im sauren bereich auch von den temperaturen her mag er es doch ein wenig wärmer als andere fische man kann ihn gut auch in zimmertemperatur halten also so bei circa 20 21 grad bis hin zu 26 grad dabei zeigt der neonsamler dann auch wirklich in seine volle fahrpracht unter diesen bedingungen und bleibt auch lange fit und vital ja neonsamler kommen ja in südamerika doch eher in schwarzwasserregionen des amazonas beckens vor und fühlen sich somit denn eben auch in unseren aquarien in leichtes bis stark starkes schwarzwasser sehr wohl das heißt also huminstoffe bevorzugt der neonsamler doch sehr sicherlich kommt er auch in klarem wasser gut zurecht wie auch jetzt hier gerade so zu sehen aber die volle fahrpracht und die vitalste lebensweise zeigt er eben in schwarzwasser deshalb kann ich auch eben nur jedem empfehlen der den neonsamler eben halten möchte dass man mit huminstoffen ihnen da tatsächlich nur gutes tut und ihnen damit auch sehr verwöhnt ja man muss natürlich auch kein schwarz also kein tiefschwarzen tang erreichen mit schwarzwasser aber so ein tee brauner schlag ist schon von vorteil und lässt den neonsamler auch eben tatsächlich länger leben auch dadurch ist die vermehrung sicherlich etwas leichter anzuregen wenn saures und mit huminstoffen versehenes weiches wasser im aquarium herrscht sie sind ja im freilaicher so wie alle seine arten da sie aber auch laichräuber sind so wie die meisten sammler und die eier auch ziemlich klein sind während diese meist vom neon selbst aber eben auch von anderen größeren fischen gern gefressen und ein durchkommen im gesellschafts aquarium ist eben dadurch eben auch sehr gering ja die größe des aquariums sicherlich ab 60 cm kantenlänge oder eben auch 60 liter kann man ihnen gut halten wobei ich die kantenlänge hier als das wichtigere empfinde einen cube mit 60 liter ist er nicht so zu raten da eben der neonsamler auch ein schwimmfreudiger fisch ist und auch eben gerne als schwarm viel und gerne eben halt schwimmt ja der neonsamler ist wie gesagt eben ein gruppen und schwarm fisch und man sollte also mindestens zehn fische oder mehr eben halten und der neonsamler braucht eben auch gute versteck möglichkeiten und ein gut bepflanztes aquarium ein iwagumi zum beispiel ist eben er nicht so anzuraten eine gute strukturierte bepflanzung von stänge pflanzen aufsitzer pflanzen eine woze ist sehr bevorzugt sicherlich auch steine sind möglich und ist eben für den neon eine perfekte einrichtung vom futter her ist der neonsamler ein sehr dankbarer fisch von trocken futter wie zum beispiel flocken futter oder granulat über frost futter wie zum beispiel zyklops atemien oder weiße mückenlarven bis hin zu leben futter also auch hier natürlich die artemien artemian auplien sehr gut als futter zyklops oder auch weiße mückenlarven frisst er alles besser ist natürlich kleineres futter zu verwenden da ja auch der fisch selbst aber auch sein mund eben sehr klein ist auch futter tabletten an der scheibe wird herzlich gerne auch eben angenommen ja zu den geschlechtern muss ich sagen dass die unterscheidung doch eher schwierig ist denn wenn der neon eben ausgewachsen ist kann man die weibchen daran erkennen dass sie etwas fülliger sind und auch ein wenig größer als die männchen werden ja man kann den neonsamler gut vergesellschaften das wissen ja natürlich wahrscheinlich auch viele eben mit ähnlich großen fischen aus dem bereich südamerika zu große füsche die den neon an den flossen gehen könnten würde ich ihm persönlich dann vermeiden ja und im endeffekt ist es doch wirklich ein sehr sehr schöner klassischer fisch auch durch den blauen neon streifen der ja hier auch um schön durch den ganzen körper geht denn hat er eben diesen roten farbtupfer von der bauchmitte bis zur schwanzflosse und ja am bauch selbst ist er doch schön mit dem kräulich silbrigen accent wirklich ein schöner eyecatcher und wunderbar in jedes aquarium ja im prinzip einzufügen ja ich bedanke mich denn dass ihr heute hier auch wieder zugeschaut habt hoffe ich konnte euch hier ein bisschen ein paar impulse geben und ja wenn ihr noch mehr wissen wollt gerne hier in die playlist reinschauen dann bis nächste woche ciao